War doch dann so'n Teil... Komm schon! Wunderbar. Damm! Du musst direkt schlafen gehen, meine Freunde. Da, das meinte ich. Und? Schiss! Du Auge, guck mal weg! So, und hier gehen wir dann vermutlich jetzt das nächste, letzte Schwertchen holen. Ah, toll. Ich freu' mir. So. Haben wir noch irgendwo einen? Da oben hängt noch so'n hässliches Vieh. Damit hätten wir die dann auch alle platt. Dann... schauen wir jetzt mal weiter. Ich seh' hier nichts aus. Na, okay. Hier ist so'ne... Oh, wer war denn bei euch der Innenarchitekt, ey? Mal ganz im Ernst. Hätt' sich'n die Scheiße ausgedacht. Der war doch auch nicht mehr bei Sinn. Was ist das jetzt? Da ist wieder so ein, so'n... Soll ich mich da jetzt schon dran drehen? Oder später erst? Oder? Ich dreh' mal einfach dran. Macht das auch was? Okay, wir haben jetzt ein, so'ne... Da komm' ich nicht rüber. Kannst' vergessen. Hier fehlt was. Ah, das steht da unten. Das heißt, das werd' ich jetzt irgendwie... vermutlich hochholen müssen. Gibt's da einen Aufzug für, oder sowas? Ah, verdammt. Was zur Hölle?! Ich dachte erst so, oh, guck mal, äh... Ja, geil, oh Mat. 5000, ey. Äh... Hä? Warum hast du drei Augen, Mann? Hahaha. Oh. Ich kann mich angreifen. Haha. Oh, oh, oh. Jetzt ist er hoch. Oh, der freut mich nicht. Oh, oh, oh. Lauf, klick, lauf, lauf, lauf. Ich sag dir jetzt schon, der Typ ist nicht dein Freund. Okay, jetzt sind diese Dinger wieder. Das ist ein Boss. Auf jeden Fall. Das. Und hier gehen wir tierisch auf die Eier. Ihr... Und... Oh, 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 oh. Auch ich hab keine Ahnung, wer. Ich hab keine Ahnung, wer. Oh, ich muss weg, oh. Oh... Oh mein Gott. Boah, der Typ ist doch wahnsinnig. Ähm, Moment, Moment, Moment. Warte mal, ich bin nicht so schnell. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, verdammt, verdammt. Nein! Das ist mir gut. Nein! Boah, ihr anderen seid einfach nur nervig gerade. Ihr habt halt nichts drauf, aber ihr seid... Oh, krass. Uh, nein. Lauf, 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 lauf. Komm, Monster, nun stirb doch auch mal. Sei mal nicht so. So, was muss ich machen? Was muss ich machen? Er liegt immer noch. Scheiße. Na toll, ich hab so gut wie kein Leben mehr. Komm auf, Kick. Das ist da vorne, das muss ich mir erst mal holen. Ups. Komm, reg dich mal irgendwie ab. Oh, ich kann nicht finishen. Warte. Na, komm her! Nein! Oh, fuck. Ich komm doch ganz schnell dran. Ja, jetzt. Oh, gib's ihm richtig, ey. Nix da. Es will auf, den wiederzubeleben. Tja. Oh, ja. Hell fucking yeah. Ja, das kommt davon, ne? Und sich hier mit mir anlegt und so. Was ist das? Ah, ein Aufzug. Gut. Äh, Moment mal. Haben wir nicht noch so'n Lebens... Nein, wir haben auch keinen Lebensstein mehr. Leider nicht. Leider nicht. Hm. Ich hab hier sowas. Und das kann ich auf jeden Fall schon mal da vorne hinwerfen. Hier brennen nicht alle Fackeln. Diese Fackel brennt gar nicht. Doch, die brennt schon. Die brennen richtig hoch. Die brennt gar nicht. So. Wo können wir das Feuer da schon mal hin? Machen wir mal alle Fackeln hier an, wa? Oh, ja. Gute Idee. Oh, nicht der. Nein, nein, nein. Oh fuck, guck, 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 guck. Oh, lass mich weg. Hat der mich verseucht jetzt nicht direkt so? Krass, Mann. Ne, ne, ne. Da hab ich gar keinen Bock für. Kam es vor, dass der Stufenabstieg... Wird immer größer. Schön. Nein! Oh fuck, Alter. Wir hatten doch grad eben erst so'n Gegner. Muss da jetzt unbedingt noch einer kommen? Ja, toll. Nein! Lass mich hier rüber. Und dann noch mal ein bisschen mit dem Stülchen irgendwie. Oh, verdammte Scheiße. Hält aber echt viel aus. Und dann noch mal ein bisschen mit dem Stülchen irgendwie. So. So. Nein, 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 nein. So, komm her. Hier! Du kannst denn den Stülchen nochmal fressen machen. Und jetzt gib mir deinen Schäden! Und jetzt gib mir deinen Schäden! Und jetzt gib mir deinen Schäden! Oh. Das war so ne gute Idee. Das war so ne unvorstellbar gute Idee, den anzugreifen. Und jetzt gib mir deinen Schäden! Und jetzt gib mir deinen Schäden! Hallo. Können bitte alle Feinde von mir wegbleiben einfach? Was gibt's hier? Keine Ahnung. Also ich sehe nichts. Ah, warte mal... Moment! Ist hier drüben vielleicht noch... Das ist ein Monster. Toll. Kommst du um die Ecke bitte? Nicht? Ich dachte es nicht. Ah, ok. Wenigstens das. Los! Steigt meine Energie wenigstens langsam wieder? Was hier? Ah. Damit wäre der Boden wenigstens schon mal safe. Wie komme ich hier durch? Das ist rot. Hier haben wir... Und da und da. Okay. Man könnte rein... Ich probiere mal was. So. Machen wir erstmal so. Dann müssen wir von hier irgendwie... Wie? Ah, wie mache ich denn das am besten? So, jetzt ist das schon mal am Brennen. Kriege ich auch das? Da rüber? Okay. Irgendwie schon. Ah, das geht. Ich denke mal, das geht so wie ich das vorhabe. Und von da nach da. Und von... Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Da. Ich bräuchte trotzdem mal langsam so ne Heilkiste. Look at this Hell yeah Noch nicht so einer Alles nur nicht noch so einer Bevor doch er langsam ist Der spricht dann seine Kollegen kaputt, dass er hier ist Ja, voll langsam Kann er nicht seine eigenen Kollegen noch ein bisschen massakieren Nein, nein, nein Fuck, ich wollte gerade über ihn wegspringen Zum letzten Streckenpunkt neu Am letzten Ja, müssen wir ja dann wohl Muss ich das alles neu machen? Nee, okay, ich habe das anscheinend schon fertig Verdammter Blöd, Mann, ey Nein, sind wir auch mal draufgegangen Also richtig draufgegangen Na, wir können ihn so gar nicht angreifen Solange der so am Stinken ist Boah, ich kann gleich mal was ausprobieren Wenn wir die hier weggemacht haben Den hier Das ist der andere Boah, willst du mich verarschen? Hat das funktioniert? Ist der jetzt Klebt das an dem? Nee, leider doch nicht Ich hatte gehofft, es würde an ihm kleben Hier Oh, Alter Die an den Typen Also mit dem Roten Bällchen Sie geht nicht mal Leben Hier Keines Dreckiges Rappen Seht sie Weg mit dir Losstehen Auf, damit ich dich Prüger Kommt jetzt noch jemand Ich bitte nicht rum Ah, nee, Quatsch Hier war ja schon der eine Endgegner Dann wird da wohl nicht noch einer kommen Hoffe ich Anscheinend Okay, das dritte Schwert zu besorgen Ist ein bisschen schwerer Anscheinend Okay Vorne ist wieder so eine Aufgabe Wo wir dann Unsere Schuriken Wurfkünste Beweisen müssen Doch schließlich Ist der Schuriken Eine Waffe Ich Bin der Krieg Nein, der wird auch nicht langweilig Weil Darum Dann Dann Na komm, mach auf Upsi Ich hab keinen Bock Darunter zu gehen Was gibt's denn hier an der Seite? Ne, hier gibt's auch Ähm Was Hallo? Komme ich denn hier hin? Ach, nee Aber hier war ich War ich doch schon mal hier, oder? War ich dann nicht schon mal? Ich hab weiß Nichtsdestotrotz Ob ich will oder nicht Wir müssen hier runter Boah, krasser Typ ey So gar keinen Bock auf dich Moment Ja, die Steingestalt annehmen Das Zwiebeldreck Kann man alles ein bisschen mehr Ups Verdammt nochmal Und wir halten ja so auch ein bisschen mehr auf Nein, du sollst den da finishen Ja, genau so Mal Und den dann darf Bäm Schön Dann laden wir uns mal eben nochmal ein Stück weit auf Steingestalt brauchen wir ja gerade nicht mehr Ja, ein Stück weit ist Uaaaaah Ach, was erzähl ich denn da für ein Blödsinn eigentlich?